Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Aquanox Deep Descent. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, aber Hauptsache hier schaut das Video. So, und genug der Werbung. Äh, Nemo's Beute. Neh, wir wollen erstmal noch die, äh, Quatsch, die Nebenmissionen machen. Nur? Jetzt. Genau, Kameraden. Da wollen wir doch unserer hübschen, blonden Freundin mal kurz helfen hier. Und auf geht's. Ich hoffe, euch geht's soweit gut da draußen. Auch wenn die Temperaturen jetzt ein bisschen fröstlicher werden, ja. Macht das Beste draus, macht's euch warm, nehmt euch einen Kakao oder einen Kaffee, wie ich es immer gerne... Moment. Moment, mein Kaffee. Ich ohne Kaffee geht schon mal gar nicht. Ich hoffe nur, irgendwann, äh, sponsert mich mal ein Kaffeehersteller. Haha. Ja, den einen oder anderen, äh, ist natürlich schon aufgefallen, dass ich, äh, ein ziemlicher Kaffee-Junkie bin. Aber, naja, ein Pfleger, der keinen Kaffee trinkt, ups, äh, ist jetzt auch... Nur selten. Aber ich muss aufpassen, dass ich da oben nicht in das Nanoplankton komme, was natürlich eine schöne Idee ist, um die Levelgrenzen zu symbolisieren. Da ist natürlich wieder unser Boost zu Ende. Ja, so wie es halt nun mal ist. Na, fliegen wir doch hier durch. Das macht keinen Unterschied. Und das wird sowas von einer Falle sein. Äh, sowas von eine Falle sein, so. Da steht auch Falle schon ganz groß drauf. Bei der Mission können die gleich ein Schild hochhalten. Falle! Nimmerschlaf. Mhm. Ja. Nimmerschlaf. Wenn ihr, äh, das zum Schlafen schaut, dann, äh, könnt ihr wahrscheinlich auch nimmerschlafen. Höh, verstehe. Ach, komm, ich hör auf. Ich sollte es lassen. Die große Komiker-Karriere wird nicht mein Ding sein. Ach ja, und an der Stelle Annika Müller. Äh, äh, herzlich, äh, ich hab's nämlich ganz vergessen gehabt, dir zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kind. Ich hoffe, ihr kommt auch in dieser schwierigen Zeit, die wir 2020 haben, äh, gut da wieder raus. Und, äh, viel Glück und Erfolg für den kommenden Lebensabschnitt mit Kindelein. Ich kenne es selber. Jetzt fangen die Sorgen so richtig an. Aha. Oh, das ist doch so ein Special Portal. Ich sage jetzt Special Portal, weil ich vergessen habe, wie das Ding eigentlich nochmal hieß. Äh, Action-Musik für irgendwas, was mich da angreifen will. Aber wir sind schneller weg, als das Fisch ankommt. Ja, bei diesen Toren muss ich immer an Stargate denken. Okay. Heartbreak Ridge. Äh. Ähm. Hä? Willst du mich verkackeiern? Habe ich mich, glaube ich, gerade vertan? Äh. Nee, ich will da eigentlich nicht hin, aber ich muss da hin. So. Äh, äh. Ich trottel. Ja, ihr dürft es gerne sagen. Bin ich ja voll vorbeigeschossen. Ja, ich gehe gerne auf Nummer sicher, deswegen speichere ich auch gerne mal zwischendurch. Ist halt so. Aber lieber so, als wenn ich immer ganz von vorne irgendwo anfangen muss. So. Da verfolgt mich doch was. Etwas oder äh. Irgendwer. Ah ja. So, erwischt. Na gut. Nee, komm mal. Wo sind wir hier lang? Da habe ich mich ja voll verfahren. Ich will immer fliegen sagen, aber. Wir fliegen ja nicht. Oh, ich hätte hier gar nicht durchgemusst. Oder? Ja, ihr wusstet das natürlich schon wieder. War ja klar. Ganz bestimmt. Sag mal. Sag mal. Na super. Boah. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Man kann, man muss nicht. Also wenn, wie gesagt, wenn das keine Falle ist, dann fresse ich ein Besen samt Borsten. Und ich rede nicht von den weichen Borsten, die man so kennt. Nein, nein, nein. Die harten Borsten. Mhm. Mit Senf drauf. Ja. Haben Sie gedacht, dass wir lügen? Ja. Sie haben sich kein bisschen geändert, was? Moment. Diese Stimme. Kennen wir uns nicht? Wer sind Sie? Die IPF weist das Gnadengesuch zurück. Sie sind noch immer exkommuniziert. Als Einbringling in diesen Gewässern. Halt, bitte. Das wusste ich nicht. Wie lautet Ihr Name? Ich glaube, ich kenne Sie. Wir haben uns schon mal getroffen. Alle Schiffe. Greif den Hand an. Ein Hinterhalt. An alle. Auf Verteidigungsposition. Bitte. Noch können wir darüber reden. Boah. Die Hälfte ist erledigt. Nur noch ein paar. Nur noch ein paar, ja. Na komm. Oh Mann. Mhm. Ich sag ja Falle. Na, zum Glück hatte ich recht gehabt. Sonst müsste ich jetzt einen Besen essen. Und Video aufzeichnen, wo ich einen Besen esse. Nee, das muss nicht. Tja, Falle. Man wusste es. Beziehungsweise man konnte es sich denken. Okay, ein Schild-Kit haben wir noch und ein Reparatur-Kit. Widerstand gegen die Föderation ist zwecklos. Widerstand ist zwecklos. Das sagen doch sonst die Borg. Hm, Borg? Das klingt zweidisch. Ich diene der Föderation. Das haben wir. Das haben wir. Lass dich nicht, als du rauskriegst. So, haben wir es jetzt. So, ab nach Hause. Initiiere Torsprung. Ja, diese Zwischenfahrten haben schon irgendwas Beruhigendes. Na, hoffentlich kriegen wir da eine hübsche Belohnung für. Aber ich finde ja immer noch, das Spiel wäre prädestiniert für VR. Nö. Das ist nicht wichtig. Die Tupilak ist jetzt ihr Zuhause. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Aber ich möchte euch etwas geben. Eine Belohnung für eure Hilfe. Auch wenn es schief ging. Ja, dafür können wir ja nichts. Was? Schrapnel M3 freigeschaut. Aha. Wo ist denn das? Ja, lass uns mal gucken. Schrapnel 3. M3 erweiterte Schrapnel. Verbesserter Schaden, Reichweite und weitere Statistiken der einfachen Schrapnel. Obwohl die Primärfeuer-Modus weniger Projektile abschießt, löst dieses Projekt hier einen größeren Schaden aus und verhindert Verteidigung. Aha, okay. Ja, aber... Nee. Nee, ich bin da... Nee, von Schrotflinten bin ich jetzt nicht so der Fan. Gut. Dann haben wir schon mal die Kameraden-Mission und Nemo's Beute. Ach komm, das machen wir noch. So. Äh, der hat doch gesagt, hier irgendwo gleich um die Ecke. Hm? Wo lang? Da lang. Okay. Oh. Mann. Ja, auch wenn ich die... Oh. Ah. Sag mal jetzt, ich spinne noch nie rum. Ja, ich weiß. Auch wenn es die magische 20-25-Minuten-Grenze überschreitet, versuche ich euch trotzdem doch wenigstens mal... ...zwei Missionen zu geben. ...so gut es denn möglich ist. Momentan sind wir mit 13 Minuten ganz gut bedient. Da ist der Höhleneingang. Mal sehen, was... Was ist hier los? Passt auf die herabfallenden Steine auf! Seismische Aktivitäten. Das gesamte Gebiet scheint instabil zu sein. Na toll. Finden wir den Kerl und dann nichts wie raus hier. Mhm. Ja, da kommen schon Feinde. Na? Was? Okay, überall rote Markierung, aber... ...jetzt direkt ein Feind zu sehen, ist nicht... ...wir gerne orten etwas vor uns. Okay, das ist unser Mann. Holen wir ihn und... Äh... ...Piraten! Wir stehen unter Beschuss! ...mehr an und an. ...der Schiff, der Tisch. Falsches Signal. Unser Mann ist nicht hier. Da schwingen wir von hier und suchen weiter. Oh oh. Auf demselben Weg kommen wir hier nicht wieder raus. Der Einbruch ist jetzt gestürzt. Vermutlich durch einen Querschläger im Gefecht. Sehen wir uns nach einem anderen Ausweg um. Hm. Aquapedia. Ah ja. Ach. Minen sind da. Ach so. Das sind die roten Pünktchen. Naja, sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen aufpassen. Warte, wo denn? Autsch! Ich glaube, da hat mich eine Mine erwischt. Na komm. Hm. Hier scheint ein Weg lang zu führen. Oder war das jetzt gerade... Ne, da kommen wir jetzt nicht her. Wir sind aus dem... Signal aus Port Royal. Es ist Adisa. Was ist los? Habt ihr das Schiff gefunden? Wir haben Piraten und Wracks gefunden, aber... Keine Spur von Nemos Beute. Sucht weiter. Unser Mann ist lustig. Er ist da draußen irgendwo ganz sicher. Ja, ja. Nicht weit von euch ist ein Außenposten. Seht nach, ob er dort gelandet ist. Nach wem suchen wir? Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Na sehr. Gut, du warst Objekt und bringst es her. Zurück! Zurück! Ja. Erwischt. Ah, Ressourcen liegt auf dem Weg. Nimm mal mit. Das ist legitim. Okay. Hm. Huch. Wie wollt ihr das machen? Das Schiff intakt lassen und die Crew ausrotten. Wie wollt ihr das hinkriegen? Hm. Jetzt fahren wir bewusst etwas langsamer, damit sich die Schilder etwas regenerieren können. Okay, das sollte reichen. Piep piep. Was für ein piep piep? Warum piep piep? Ein piep piep. Was will mir das piep piep sagen? Hm. Na, gucken wir mal. Ihr seid es. Oh, ey. Das ist so laut. Wovon reden Sie da? Ich bin noch ich. Was ich auch für diese kranken Spinner getan habe. In meinem Kopf bin ich noch ich. Ich will raus. Ich will wie Nemo sein und mich von der Schwarmkönigin lösen. Bitte, gebt ihm das hier. Sagt ihm, dass ich es gut gemacht habe. Ich muss bald zu ihnen zurückkehren. Nemo wird mich retten oder versagen. Oder sich als Lügner herausstellen. Ich weiß nicht, welche Zukunft eintreten wird. Vielleicht muss ich euch sogar töten. Was wäre das für ein Ende, hä? Trinkt mit mir, bevor ihr fahrt. Die Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Es ist immer gut, in das Gesicht seines Feindes zu blicken. Oh, hier ist klar. Warum nicht? Ich trinke mit ihnen. Prost. Auf die Zukunft. Was immer sie bringt. Ah, haut ganz schön rein. Hier ist, was Nemo haben wollte. Aber nimmt es ja nicht aus dem Gehäuse. Uran. Aus der Welt da oben. Wozu zum Teufel braucht er Uran? Er sagte als Köder. Wofür, weiß ich nicht. Geht mich auch nichts an. Lebt wohl, Cryos. Wir sehen uns bald wieder. Ganz bestimmt. Ich freue mich jetzt schon. Gibt es hier irgendwas? Aber was für eine Bedingung muss man hier immer erfüllen? Also, es muss doch irgendwie anders gehen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Naja. Gut. Gut. Oh, Gegner. Und jetzt voll auf sie drauf. Was zum... Wo? Sag mal. Äh. Alter, übertreibt es aber jemand. Letzter Arten. Oh, ah, 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 ah. Ne, da fliegen wir, äh, da fahren wir dann ins Plankton. Das muss nicht sein. Was ist denn letzter Arten? Muss ich jetzt nicht verstehen. Aber ich würde es gerne. Na, da hätte man ja auch direkt zu der Basis fliegen, äh, fahren können. Fahren, nicht fliegen. Wir sind unter Wasser. Da heißt es, fahren. Aber da ist doch was. Dreifeindliches Schiff an. Ah, erwischt. Ich werde ja auch nur noch von Körgummi gerade zusammengehalten. Na, gucken wir mal, was hast du zu melden. Das Objekt. Ein Behälter voll Uran, wie von den Bionten bestellt. Nein. Macht euch nützlich und bringt es zu Nemo, wenn ihr ihn seht. Ich habe keine Verwendung dafür. Tuoma Six sagte, das Uran sei ein Köder. Wofür denn genau? Das findet ihr wahrscheinlich schneller raus, als ihr denkt. Sagt Bescheid, wenn ihr dieses Gebiet verlassen wollt. Ich übermittele Käpt'n Okabe alle nötigen Daten. Oh. Aha. Shade freigeschneid. Was wir vor 12 schafft Hammerhead. Aha. Oh. Neues Schiff. Okay. Das ist die Verbesserung für das hier. Mehr Wendigkeit. Okay. Und mehr Hülle. Oh. Das ist ein dicker Mods. Was hat der so? Okay. Standardbewaffnung. Aha. Ist ein dicker Mobs, aber hat keine Türme, wenn ich das richtig sehe. Nö. Nö. Das ist mir nicht wert. Ja, Hülle und Schülle. Nö. Hm. Da bleib ich lieber bei dir hier. Rüsten wir dich ein bisschen auf. Genau. Dann haben wir mehr Schülle und mehr Wendigkeit. Das machen wir. Was? Was fehlt mir? Schrott und, äh, Chemie. Okay. Ah. So. Wollen wir es denn? Schrott. Chemie war, glaube ich, 15 oder so. So. Hammer. Haben wir es? Hammer. Ja. Äh. Ach. Mehr Schrott. Ja. Ich sage jetzt einfach mal Schrott. Ja. Wahrscheinlich heißt das auch anders. Äh. Altmetall. Ja. So. Jetzt aber. Okay. Äußerlich keine Veränderung. Aber hey. Guck mal hier. Ja. Mehr Wendigkeit. Mehr Geschwindigkeit. Grundlegend. Und nochmal mehr Hülle. Oh. Ja. Nimm mal. Ach. Ich brauche mehr Schrott. Äh. Altmetall. Altmetall. Nicht Schrott. Altmetall. Na ja. Zum Glück habe ich ein paar Pfennig in der Tasche, ne? So. Jetzt aber. So. Oh. Okay. So. Passt doch. Verstehen. Na. Schmarrn. Haben wir hier eigentlich mal was Neues? Das sind ja Raketenfeuer. Okay. Ne. Da gibt es noch nichts Neues. Hier vielleicht mal einen besseren Turm. Das wird auch ne. Was ist denn das? Minenwerber. Ne. Äh. Nö. Leider nicht. Nö. Da wird mir noch was angezeigt. Achso. Das ist für den hier. Ja. Ne. Den. Den. Möchte ich hier gar nicht. Ne. Ich bleib bei dem hier. Der hat Türme. Und Türme sind mir wichtig. Ja. Da bin ich etwas eigen. Oh. Das Cockpit sieht anders aus. Na wunderbar Freunde. Zwei Missionen. Ein Upgrade für unser Schiff. Herz. Was willst du mehr? Und wenn es euch gefallen ist. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir. Macht die Glocke an. Aber Hauptsache. Ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao. Ciao. Ciao.